Die ganze Zeit nach links und rechts angucken. Oh, Bahnschranken. Zum ersten Mal sehe ich das hier. Ach ja, Daniel. Das Spiel ist einfach wunderbar. Hm? Hä? Was ist denn jetzt bei dir kaputt? Du, man ist doch gewohnt, wenn man an so einen Warenschrank kommt, dass man gewohnt ist, dass so richtig langer Zug kommt, ne? Mhm. Da kam einfach ein Zug ohne Anhänger. Einfach nur der Zug selber. Das ist doch zu geil auch. Ja, vielleicht muss er ja seinen Anhänger noch holen. Ne, aber man hofft so, boah, Alter, hoffentlich dauert es jetzt so richtig lange. Weil in ETS2 ist es so ganz kurz. Kommst du angefahren, stehst vielleicht da fünf Sekunden, dann geht die Schrank wieder auf. Denkst du so, in Amerika muss das so anders sein. Und dann hofft man so, bitte, bitte, bitte. Und dann kommt nur ein so ein Zug, alleine das eine Zug, so ohne Anhänger. Denkst du so, verarschend. Oh Mann, ey, das war, ne. Oh, das, oh. Das war zu schön. Ey, das hätte so gut gepasst, wenn du so viele Züge vorbeifahren, weil das so einfach zur Atmosphäre gepasst hätte. Aber nein. Na, 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 na. 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 Na, na. Na, na. Na, na. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Da ist schon wieder so ein kleines Flugzeug. Und da steht der nächste Kopf. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Der Appen ist ein bisschen zu weit vom Gas runter. Also bei dem, der nicht gerade fährt, der hat keins und ich finde das eigentlich mal ein schlechter. Also da kenne ich auf jeden Fall wichtige Jahre anschaffen als Anschaffungen als so eine Sonnenblende. In echt so mag das ja ganz nützlich sein. Aber jetzt so in dem Spiel... Da... Trinkt er mich einfach rüber, der Scheißboss. Ja, wir... Du kannst ja... Du kannst ja leicht... Du kannst ja leicht... Scholl, was geht denn hier ab? Was? Hier stehen so... Viele Bagger sind das... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs Bagger stehen hier... Und ein... Polizeiwagen... Ich hab so grad... Ich hab so grad... Ich bin so grad irgendwo vorbergfahren... Bin da rechts stehen geblieben... Und bin jetzt mit der Flagcam hier am Gucken. So und dann... Also voll viele Bagger... Ein Polizeiwagen steht auf der einen Seite... Vor diesem ganzen Bagger stehen... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Bauarbeiter und ein Polizist angeblich. Auf der Gegenüberseite stehen hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf... 13, 14, 15, 16, 17... Leute in so einem blauen Anzug... Mit so einem Scheckheft in der Hand... Und schreiben da irgendetwas... Und links auf so einem Dach... Springt so ein schwarzer... Typ rum... Und tanzt... Okay... Und einer fegt hier... Den Sand... Ja... Ich frag mich grad was hier abgeht... Ist das irgendwie... Wollen die Leute auf der einen Seite... Diese Häuser... Da wo die ganzen Leute stehen... Abreißen oder was? Hallo, hallo... Sieht zumindest so aus... Shadowplay... Fahr hin, ich frag sie... Oh ja... Ich wende jetzt auch extra... Ja... Na ja, Shadowplay... Aufnahme im Kasten... So... Da wird unsere Fahrt fortgesetzt... 35 Meilen... 35 Meilen... 4,30 Mal... So... Ich rufe... Ich rufe... Ich rufe... Christmas... Wenn... Ich rufe... Ich rufe... 5,005... Das ist... Tum... 6,005... ¡OUGH... Oh, ich finde gleich eine Arbeitsagentur. Ja, Arbeitsagentur, Dekt, ja. Ja, Arbeitsagentur, Dekt, ja. Ich habe gerade einen Jet gesehen. Ich glaube, ich bin nicht weit von so einem, äh, von der Army oder so. Weil ich habe doch gerade voll viele Satellitenschüsseln gesehen. Riesige Satellitenschüsseln oder whatever. Und gerade einen Jet, der halt vorbeigeflogen ist. Alter, die haben sich so viel Mühe damit gegeben, ne? Hm. Nichts ähnelt dem anderen. Ne? Das ist aber auch gut so. Hm. Das ist dann sogar noch, also das hebt sich auch von Skandinavia ab. Weil bei Skandinavia merkt man auch, ein paar Sachen sind da auch Copy and Paste gemacht. Ja. Das hebt sich auf jeden Fall ab. Aber hier merkt man eigentlich nichts von. Nö. Zumindest selten. Hm. Zum Beispiel dieses, dieses Ray's Hamburger's Restaurant. Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, in ganz verschiedenen Stellen. Aber es ist wahrscheinlich irgendwie so wie Hamburger, äh, Burger King und Macca's. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich diese Zahl, 35 Meilen angucke, dann denkt man, das ist eigentlich gar nicht so schnell. Und wenn man das in kmh umrechnet oder so sieht, das ist schon um die 60 kmh. Und dann fährst du so mit 60 kmh auf so eine, Dingsda, Abfahrt zu, oder Auffahrt, und denkst dir, ach, das sind doch noch 35 Meilen. Und dann guckst du, ach, das sind eigentlich 60 kmh. Und du hast noch 50 Meter, bis du ankommst. Ja. Guten Tag, Herr Verlader. Ich hab hier Propangas abzuliedern. Hm. Passt perfekt. Wie hier. Ich fahre jetzt quer durch Las Vegas, um zu meinem Point zu kommen. Cool. Einfach mitten durch Las Vegas mit 60, mit 65 Meilen. Gefahrenhut oder Fernfahrten? Gefahrenhut oder Fernfahrten? Gefahrenhut oder Fernfahrten? Fernfahrten. Würde ich sagen. So. Weil der Kopf muss vor die Vollbremsung hinlegen, Alter. Super ausgewählt. Händler. Ah, dann kaufen wir den auch noch den LKW. Dann kann er auch mal was tun. So. 9000 habe ich sogar noch übrig. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, schauen wir noch mal, was die anderen beiden machen. Auftragsfahrt von Los Angeles nach Fresno. Okay. Und der ruht sich noch aus. Ja, okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich bedanke mich rechtzeitig fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gib mir einen Daumen drauf. Wenn es jetzt nicht übernommen hat, dann runter. Ihr da lasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. Tschüss.